Ja hallo, begrüßt euch zur nächsten Programmvorschau hatte, weil wieder einen sehr interessanten Gast, den Volker, am 2.12.2021, er ist auch ein sehr gläubiger Mensch, wir haben uns da über einiges ausgetauscht und von daher war das eine tolle Aktion, ich hätte euch das dann gerne im Hauptfilmchen zur Verfügung gestellt, als Witz ist wieder was beim Speichern schief gelaufen, das heißt es gibt jetzt nur tatsächlich ein Audio, nichtsdestoweniger der Inhalt zählt, ja, und von daher habt ihr jetzt knapp anderthalb Stunden, glaube ich, auch ein sehr interessantes und spannendes Programm, könnt ihr hören, bei VK Bitshoot Rumble Odyssey, die sich den Trailer bei Wegnus TV aufrufen, entsprechend den Link kopieren, ab in die Browserzeile und dann vielleicht bis gleich, tschüss!